Haben Sie einen Kalender zur Hand und einen Stift? Dann notieren Sie sich doch. 11. September, 13 Uhr, Potsdamer Platz, Demonstration Freiheit statt Angst. Die Demonstration ist Bestandteil eines internationalen Aktionstages gegen Überwachung durch Staat und Wirtschaft. Daten, Datenschutz sind häufig in den Medien nur Bestandteil, wenn es um Skandale geht. Beispielsweise die Überwachung der Mitarbeiter der Telekom, beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung. Aber das Ganze hat System. Denken Sie nur an die Öffnung des Sozialgeheimnisses bei Hartz-IV-Empfangenden. Es geht einerseits um Profit und es geht um die Bespitzlung potenzieller Oppositioneller. Dagegen wehren wir uns und wir kämpfen für ein freies Internet. Kommen Sie gemeinsam mit uns zur Demonstration Freiheit statt Angst. 11. September, 13 Uhr, Potsdamer Platz und denken Sie daran, meine Daten gehören mir, Freiheit und Sozialismus.